Eigentlich wollte ich sagen, vielleicht ein Kombi aus der Psychiatrie. Na los. Auf zum Aufzug. Was ist Lex? Lex! Und raus mit uns. Hm? Na los. Mach doch auf. Hä? Was ist jetzt los? Hallo? Äh, was kommt denn jetzt noch? Oh. Oh. Das sieht ja interessant... Oh, ist das ein... Was ist denn jetzt los? Ist das ein Labor? Guuuut. Immer den Blut folgen... War Rider Project. Ach, das... Oh, oh, oh. Notizen. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernecke Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23 Auszug. Oh Mensch, so rief ich. Wie verblendet verharrst du doch. In deinem Weis... Heizdünkel. Genug. Ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zorn gebrannt und aufgefüllt, stürzte ich von Dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignete Schritte nachzusehen. Oh. Labore. Oh Gott, ich liebe Labore. Naja, aber wenn es so aussieht... Juuu. Sonst gibt es hier nichts. Das heißt, wir müssen hier lang. Wieso kommt mir das jetzt so vor, als wenn gleich was kommt? Hä? AA-02. Tür zumachen. Tür zumachen. Du auch. Nein, du sollst zu. Ach, fickt euch doch. Meine Fresse, ey. Oh shit. Alles mit der Kamera aufzeichnen, Kamera aufzeichnen, Kamera aufzeichnen. Ich freu mich grad irgendwie, ich weiß nicht warum. Das sieht hier aus, als hätten... Ja, das ist ein Labor. Aber nicht da, wo man Biowaffen herstellt. Zwinker, zwinker, smiley grins, grins. Oh. Was ist denn hier? Ach du Scheiß. Sieht so aus, als hätte der World Rider alle Plagg gemacht, ne? Patient. Aha. Oh. Köpfe. Zwei Händchen. Das sieht aus wie ein Herz. Oder Organ. Hier sind noch mehr Organe. Was ist denn das? Natrium? Was steht da? Natrium. Ne, Morin. Morin? Was ist denn das? Deluxe Exit. Ja, da möchte ich gerne lang. Was ist los? Wow, wow, wow. Wieso leckt das denn gerade so krass? Schauen wir mal. Keine Ahnung, woran das lag. Oh, die Freiheit! Freiheit! Nein, 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 nein. Murphos Engine. Ja, Nitro. Nitrogen. Das sieht aus, als wäre das gerade frisch geöffnet. Okay, gehen wir da durch. Oh, shit! Batterie! Los, Lammel, Mannach! Wow, wow, wow! Scheiße! Wow, 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 wow! Wow, shit! What the... What the... What the... What the... Fuck? So, stirbst du also von innen heraus in die Stücke, in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonband verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so war mir, Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Und das war Chris Walker? Okay. Das war wohl knapp, hä? Also, auf geht's. Können wir nicht durch? Hm, muss ich vielleicht von vorne wieder zurück und den... Wollen wir mal. Oh, endlich! Hä? Hallo? Hallo? I know, I know! I am supposed to be dead! No... No such luck! I am alternier than Zinn, but somehow... The only one left! Because of Billy! He takes care of me! He may think I'm his father! Huh? He certainly loves me, poor idiot! Do you know what this symbol represents? It warns of a nano hazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Urkoff discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nano factories. It's the natural function of cells to produce molecules. But through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Neues Ziel, finde Billy im Hauptlabor. Okay, aber die Waffe... Die Waffe kann er nicht benutzen. Okay. Das ist der? War Rider? ... Puh- He will weep to see what I've built from his dreams. Billy doesn't mean harm. He's a child with a damaged mind. Granted the powers of a god. It would make any of us into a monster. You must end this. You all must die here. Murkoff knew the danger. And they didn't care. In the Corporation's mind, they're all just dollar amounts in a ledger. And the Prophet's Project Wallrider promised Overshadowed would have a pitiful balance a few doctors and patients amounted to. He will spread, if you don't stop him. The morphogenik Ancient is self-perpetuating. I pray to God, you have the strength to end it here with your death more than anything I want to rest. Billy will not let me die. You could never imagine how cruel this is. I only want to die. Yeah, how do we want to die, if it's closed? Hä? Ah. Da war doch noch ne Tür. Welche zu war. Hier, genau, die Tür Na, dann wollen wir mal Oh, scheiße Pff, die Armen Naja, eigentlich kann man nicht zu den Armen sagen, weil die Es sozusagen verdient haben, aber trotzdem Irgendwie scheiße Das hier sieht aus, als könnte, als wäre hier irgendein Yum-Yum gewesen, ja, so wie eine Art Cafeteria sieht das aus Kann ich hier durch? Nö So, dann schauen wir mal, was hier drin ist Noch mehr Leichen Ah, toll Wir gehen erst mal hier nach Und hier ist nichts Nitro, bla 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 Okay Dann gehen wir hier durch Wow, 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 wow Nein, 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 nein Scheiße Okay, Leute, bis gleich Alles